Wir sind jetzt in der Forststraße und in der Nähe von Rheinmetall. Rheinmetall gehört zu den deutschen Firmen, die an der Grenzziehung im afrikanischen Kontinent gigantisch viel Geld verdienen. Rheinmetall baut im Norden Algeriens eine Fabrik, in der jährlich 120 Fahrzeuge montiert werden sollen, um diese Fuchspanzer betreiben zu können, wurden 200 Algerier in dem Kasseler Berg von Rheinmetall ausgebildet. In der Presse ist von einem einzigartigen Gesamtprojekt die Regel. Lieferung von Panzern und Komponenten, Bau einer modernen Fabrik, Ausbildung der künstlich Beschäftigten. Das Ziel ist vor allem nicht die Hilfe für die Menschen, sondern die Grenzen zum Mali, Niger, Tunesien und Libyen sowie Mauritanien und Marokko zu schützen und somit auch Fluchtrouten dicht zu machen. Wir sind hier, um die sogenannte Afrikan-European-Partnership-Konferenz der G20-State, die Deutschland für den Dienstag und Tuesday organisiert werden. Hier werden die Negotiations über die ökonomische Frage, die Exploitation und die Exploitation von afrikanischen Ressourcen von europäischen Ländern und europäischen Unternehmen und europäischen Unternehmen, und auch über Kontrakte, um die Flüchtlinge und Migranten zurückzuführen. Wir sind jetzt in Vosstraße, wo die Firma Rheinmetall, Rheinmetall, ihre Berliner Office hat. Und die Unternehmen ist besonders interessiert in den Bordern in Mali, die Bordern in Niger, Tunisien und Libyen, und in Mauritania und in Marokko. Sie wollen die Bordern aufbauen. Sie machen Geld mit der Produktion von Fences, zum Beispiel. Sie wollen die Freiheit von der Migration und die Freiheit von der Freiheit von der Migration. Wir wissen, dass es nicht ein Weltraum ohne Migration gibt. Wir wollen uns protestieren, wie diese Firma machte Geld und wie sie Geld von den europäischen Staten bekommen, um die Menschen von der Migration zu verhindern.